Sehr geehrte Damen und Herren, herzlich willkommen zum zweiten Teil unseres MOOCs, der sich mit Klimaneutralität in Unternehmen befasst. In dem zweiten Teil werden wir ein bisschen genauer den Sektorindustrie in Österreich beleuchten. Dazu vielleicht wiederholend ganz kurz zurückkommend auf das österreichische Energiesystem. In Österreich ist die Industrie ja für rund ein Drittel des Primärenergieeinsatzes von rund 400 Terawattstunden verantwortlich. Auch im Bereich der CO2-Emissionen, im Bereich der Klimaemissionen ist die Industrie für rund ein Drittel eben zuständig, wenn man so will. Die Industrie in Österreich, die befindet sich in Bezug auf beides, in Bezug auf den Energieeinsatz, als auch in Bezug auf die Emissionen in einer Seitwärtsbewegung, wenn man so will. Und zwar schon ziemlich lang, wenn man die Emissionen heute mit jenen von 1990 vergleicht. Warum 1990? Das ist das Bezugsjahr für das Kyoto-Protokoll. Na dann ist es so, dass wir an und für sich noch sehr ähnliche Emissionen eben haben. Ja, was heißt das? Hat die Industrie in den letzten 35 Jahren nichts getan? Nein, das stimmt überhaupt nicht. Die Industrie hat sich massiv weiterentwickelt. Die Industrie hat ein wunderschönes Wirtschaftswachstum eben gehabt in den letzten 35 Jahren. Und es war so, dass die Bestrebungen zur Energieeffizienz, zum Einsatz von erneuerbaren Energieträgern in der Industrie im Wesentlichen das Wirtschaftswachstum kompensiert hätten. Anders gesprochen, hätte die Industrie nichts getan, hätte man heute noch viel, viel höhere industrielle Emissionen. Wenn man sich anschaut, eben die Industrie, dann ist es so, dass die Industrie nicht nur Endenergie eben bezieht, sondern es braucht auch energetische Aufwendungen für die Produktionsprozesse. Und es gibt noch eine weitere Besonderheit. Emissionen entstehen nicht nur aus dem Energieeinsatz, sondern Emissionen entstehen beispielsweise auch aus Mineralstoffen, die man eben einsetzt, wie in der Zementindustrie. Da wird der Kalkstein gebrannt, Calciumcarbonat wird umgewandelt in Calciumoxid und CO2, sogenanntes geogenes CO2, entweicht in die Atmosphäre. Ja, und wenn man jetzt die Industrie wirklich umfassend analysieren muss, geht es tatsächlich darum, alle drei Emissionsquellen anzuschauen. Einerseits sogenannte Entenergiebezogene Emissionen, zweitens Emissionen, die aus den Umwandlungsprozessen entstehen und drittens eben das zuvor angesprochene geogene CO2. Ja, wenn man sich jetzt die Industrie in Österreich ein bisschen genauer anschaut, dann sieht man, dass die sehr, sehr stark von der Grundstoffindustrie geprägt ist. Im Energietechnikersprech ist es die sogenannte energieintensive Industrie. Diese umfasst die Sektoren Eisen und Stahl, Papier, die Chemieindustrie, die Zementindustrie oder auch die Aluminiumindustrie. Und in Summe sind diese fünf Subsektoren für rund zwei Drittel der Industrieemissionen eben verantwortlich. Sprich, wenn man es schafft, dort Änderungen herbeizuführen, dann hat es einen großen Hebel. Im Umkehrschluss sollte es aber nicht heißen, dass man die anderen Sektoren, die sogenannten nicht energieintensiven Sektoren, außen vor lassen kann. Ganz im Gegenteil, auch dort ist es so, dass man mit entsprechenden Maßnahmen große Transformationen auslösen kann. Ja, wenn man sich jetzt überlegt, was bringt das entsprechend Transformation der industriellen Energiesysteme? Aus meiner Sicht sind da mehrere Dinge ganz, ganz maßgeblich. Einerseits geht es um die Sicherung der Standorte, während man vor gar nicht langer Zeit noch sehr stark davon gesprochen hat, dass entsprechende CO2-Steuern oder ähnliches den Standort schwächen, sieht man heute schon wirklich Gegentendenzen. Heute sieht man eben wirklich das, wenn man Unternehmungen nicht das Werkzeug mitgibt, eben sich klimaneutral zu gestalten, dass das den Standort eben entsprechend schwächen kann. Das ist natürlich in den unterschiedlichen Industrien ein bisschen eben unterschiedlich ausgeprägt, aber in Summe lässt sich da eine ganz, ganz klare Tendenz eben erkennen. Ja, und dann gibt es noch eine weitere Perspektive, und zwar das ist die Perspektive der Technologieanbieter. In Österreich ist es eben so, dass wir wirklich eine lebendige Landschaft haben, von Firmen, die Industrietechnologie eben anbieten können und eben auch exportieren können. Und auch für die ist es ganz, ganz relevant, eben jene Produkte zu erzeugen, die dann zukünftig am Weltmarkt eben entsprechend vertrieben werden können. Und da sind natürlich Technologien in Bezug auf Klimaneutralität ganz, ganz gefragt. Schönen guten Tag, meine Damen und Herren. Mein Name ist Günter Getzinger. Ich befasse mich mit Klimaneutralität an der TU Graz in Lehre und Forschung mit besonderem Fokus auf klimaneutrale Unternehmen, klimaneutrale Industrieunternehmen. Das ist einer meiner Forschungsschwerpunkte in meiner Science, Technology and Society Unit an der TU Graz. Ja, wie geht man das jetzt konkret an? Welche konkreten Handlungsfelder gibt es jetzt, um Klimaneutralität in Unternehmen eben herzustellen? Ja, aus unserer Sicht ist es eben so, dass es da eben einerseits die neuen Prozesse gibt, die nicht nur energieeffizienter sein werden, sondern die auch viel besser mit erneuerbaren Energieträgern eben umgehen können. Ja, zweiter Punkt, zweiter ganz wesentlicher Punkt ist Flexibilität. Das zukünftige Energiesystem wird geprägt sein von sogenannten volatilen Energieträgern. Volatilen Strom beispielsweise, der aus Wind, aus Photovoltaik entsteht und auf den reagiert werden muss. Industrieprozesse können das sehr, sehr gut. Warum können sie das sehr, sehr gut? Weil sie eben entsprechende Leistungen haben und entsprechende Energiemengen auch verarbeiten können. Damit das funktioniert, braucht es eine starke Infrastruktur. Es geht darum, Stromnetze auszubauen. Es geht darum, Gasnetze neu zu definieren. Es geht um erneuerbare Gase in dem Zusammenhang. Und um was geht es auch? Es geht um Abwärme. Industrie verwertet Energie und erzeugt Abwärme, die man wunderbar zum Heizen von Gebäuden eben verwenden kann. Und hier kommt auch der Staat ein Stück weit ins Spiel. Natürlich ist es in allererster Linie die Aufgabe der großen Energieinfrastrukturunternehmen, der Netze oder Netzunternehmen, hier diese Infrastrukturen auszubauen. Sowohl im Bereich Strom, das an allererster Stelle zu nennen natürlich, aber auch im Bereich Gas, Wärme und vielleicht sogar Kälte, in den Städten zumindest. Das ist eine Aufgabe des Staates, hier die entsprechenden Rahmenbedingungen herzustellen, dass die Netze ertüchtigt werden auf dieses neue System, das basiert auf erneuerbaren Energieträgern. Die andere Aufgabe des Staates ist es natürlich, rechtliche Rahmenbedingungen herzustellen im Sinne von Gesetzen, Verordnungen, aber auch Normen. Bis hin zu den Normen geht das, die erneuert werden müssen, die verbessert werden müssen, um dieses Energiesystem zu ertüchtigen im Hinblick auf Nachhaltigkeit, auf Klimaneutralität. Eine weitere Aufgabe ist es, Forschung zu stärken. Wir wissen noch nicht alles auf dem Weg zur Klimaneutralität und das bedeutet, dass Forschung gefordert ist. Hier sind auch entsprechende Rahmenbedingungen im Sinne von Forschungsförderung herzustellen, für eine bessere Kooperation zwischen Industrie und den großen Forschungseinrichtungen Österreichs und auch Europas. Eine weitere Aufgabe ist es, Systeme zu entwickeln, also wirklich systemisch zu denken, Systeme sozusagen anzuregen, die fit sind für erneuerbare Energieträger. Der letzte Punkt, der letzte Maßnahmenbereich, den wir andenken müssen und den wir angehen müssen, ist schlicht und einfach, neue Geschäftsmodelle zu entwickeln. Geschäftsmodelle, die fußen auf erneuerbaren Energieträgern, auf Energieeffizienz, auf Systemlösungen. Hier sehe ich große Chancen für Startups, für junge Unternehmen, die einsteigen in dieses Geschäft der Dekarbonisierung, der Klimaneutralität. Und genau das wollen wir in unseren Modulen des MOOCs abbilden. Der MOOC basiert das auf unterschiedlichen Modulen, die genau diese technologischen Handlungsfelder zum Inhalt haben, die sich die systemischen Handlungsfelder anschauen und alles verbinden miteinander. Also das ist uns ganz, ganz wesentlich, diesen systemischen Charakter eben aufzuzeigen. Ohne dem wird es nicht gehen und das wir uns im nächsten Video entsprechend vorstellen.